Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Tech Nomancer. Ich habe hier offenbar etwas übersehen und das nutze ich jetzt mal ganz klar für mich aus. Tatsächlich, ich habe tatsächlich etwas übersehen. Entschuldigung, was machen sie da? Wir brechen ein. Warum ist dieser Weg noch nicht geläufig? Also kann ich doch in die Kapelle. Hallo. Guten Tag. Au. Wir haben die... Wir haben die... Wir haben es geschafft, wir haben die Kapelle betreten. Gut, äh, ich speichere mal kurze Sicherheit. Ich werde nämlich nicht das nochmal neu machen. Jawohl. Jawohl, wir können die Mission abschließen. Das ist cool. Ey. Jawohl. Wir sind hier, um dich zu retten. Du und alle anderen. Wir müssen, aber jetzt gehen. Ah, Zechariah. Meine Hoffnung in dich war nicht verwendet. Ich... Wir werden dich runterziehen! Sie kommen, Zechariah. Geh! Es gibt ein Dome, in der Dessert. One spoken of in the tablet you brought me. Find it. You won't get away! They're here. Lead our kind through the crypt. Save them. Come on, guys. I won't leave you. There is no time to debate. Go! For God's sake. How? Oh, nein. Great master. Go now, Zechariah. Save our kind. Get out of the way. Go! Don't go! Don't load himself! Wow. We have it. Juhu. Zechariah? Is anyone missing? Victor's men came like a storm with that piece of shit Alan beside them. If we were going to escape, they had to be stopped at any cost. And so your great master sacrificed himself, so you could... A heroically sad story, Zachariah. As sorry as I am, though, we need to leave and take the others. Hallo, meine Freunde. So, machen wir jetzt mal... Kommt ihr mit? Oh, das ist eine große Truppe. So. In das. Jawoll. Wir befreien unsere Leute. Ach, hier kommen wir also raus. Das ist gut zu wissen. So viele Techno-Mainter, das ist cool. So, die Hirschen tanken wir uns an auf der Flucht, die aus der Kapelle draußen. Das heißt, wir müssen jetzt geradeaus gehen. Ja. Auf geht's, Techno-Mainter. Oh. Dürfen wir hier durch? Danke. 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 sind alle bereit Schaligontra Wir haben es geschafft, super. Was müssen wir jetzt machen? Guck mal eben. Moment. Enttäuschung. Wir müssen dann Dodo-Bericht erstatten. Die Börse. Das heißt, wir müssen uns jetzt einmal hier durcharbeiten, offenbar. Hier und nochmal. Wir müssen jetzt hier lang und dann da runter. Dodo-Bericht Und jetzt weiter in diese Richtung. Ich habe Angst, mich immer zu verlaufen hier. Und schon wieder kleine Kreaturen. Ich dachte, ich hätte sie alle besiegt. Hey! Du bist ein Mistbücher. 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 Da hätte ich lang gehen müssen. Du bist ein Mistbücher. Du bist ein Mistbücher. Was ist gut, Zechariah? Hast du meine Parts noch? Wie gesagt, Rotor, Stator und Thermikregulator. Ja, das machen wir wohl mit der Reparatur beginnen. Wir müssen zurück nach Noctis. Da ist es doch ein bisschen sicherer als gerade in O4. Ja. 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 Ja, wir haben es geschafft. Ja. Beginne mit der Reparatur. Melvin Mansell. Dandolo. Oh, so viele Techno-Mancer haben wir hier. Meister Connor? Zoologa. Okay. Wir müssen noch die Panzerkröte töten. Oh, komm. Machen wir das mal eben. So. Wir müssen noch immer noch eine Kröte töten. Kröte töten. Oh, ich weiß nicht, wo die ist. Sorry, falls ich gerade gegähnt habe, aber ich bin ein bisschen müde. Ich habe den ganzen Tag gezockt. Okay. jawohl dann arbeite mal oder stehe einfach nur herum jetzt gehen wir erstmal hier rein das ist gut in Abkürzung zu wissen okay ich bin glücklich zu sehen was du getan hast was du uns für uns weißt niemand will vergessen wir haben viele verloren aber wir können das zumindest daran feiern, weil du nicht die Ordnung ist. Wir sind Brüder und Schäuze. Wir stehen zusammen Ja, und andere haben uns auch gehört. Die Merchants spüren die Worte zu denjenigen, die noch in hiding sind. Aber für diejenigen nicht initiiert und diejenigen, die durchgebracht haben, sind wir alle hier. Hat der Great Master zu erzählen oder geben Sie nichts bevor er durchgebracht hat, bevor er seine Sacrifice? Er hat mir gesagt, um die Ordnung zu schauen. Er hat mir eine Tablet. Er hat mir geschafft, um den Text der Relik ich zurückgebracht hat, aus einer Excavation in Aurora. Und was hat er gesagt? Er spricht über eine wichtige Basis, die größte die Settleren immer auf Mars gebaut haben. Eine, die in Kontakt mit der Erde hat. Es hat ein Beacon. Unfortunately, es hat nicht gesagt, wo die Basis war. Nur die Location eines kleineren Dome, die ein paar von den größten Basis' Wissenschaftler befinden. Dann müssen wir ihn finden. Oh, ich kann es, Zachariah. Wir sind so nahe zu contactingen der Erde wieder. Vielleicht. Aber ich habe das Gefühl, wir sind nicht die Einzigen, die wissen, um es zu tun. Danke an Alan. Die ASC hätte vielleicht ihre Hand auf dem Tablet, während der Great Master gehalten wurde. Alan? Wie kann er unsere Ordnung verletzen? Wir müssen die ASC zu diesem Dome verletzen. Was kann ich, um zu helfen? Ähm, Versuche der Erde fragen. Dozens of Technomancers have spent years trying to reestablish contact with Earth. What can you tell me about that? Well, first, that search has been stalled for years. At the beginning, of course, we collected anything relating to the Settlers. Most of the relics, though, turned out to be just simple tools. The wars, and our inability to travel out of our infrastructure, had all but squashed the opportunity to explore. This is the first time that we have been freed of our yokes. Free to explore again. What limits our work, though, is that few of us can read the Settlers' secret writings. A gift, I believe, only the Great Master had. And with the most important knowledge having been written in that language. What we know, though, is that there is, in fact, an intact beacon somewhere. That there are still many undiscovered sites. And now today, with you, we have a hope again to find it. Ja, die Chance besteht. Ähm, ich war gerade ein bisschen real abgelenkt, meine Katze. Wollte unbedingt auf dem Schreibtisch springen, aber ich hab Nein gesagt. So, ähm, gut. Ich würde sagen, ähm, ich beende die Folge vorerst. Ich muss noch einmal noch was trinken. Ich hab natürlich tierischen Durst. Bleibt mir gewogen und bis morgen. Ciao!